Jedes Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern für Montage oder Transport kennt das Problem. Erst am Einsatzort wird festgestellt, dass die Ausrüstung oder Beladung nicht komplett ist. Jetzt wird es teuer. Aufwendige Ersatztransporte, teure Wartezeiten und Verzögerungen sind die Folge. Die Beladungskontrolle von GeoCapture und kleine, robuste Beacons lösen das Problem. Beacons sind Sender, die in regelmässigen Abständen Bluetooth-Signale aussenden. Ein GPS-Sender im Fahrzeug oder das Smartphone des Fahrers empfängt die Signale dieser Beacons. Sämtliche Werkzeuge, Container, Stückgüter, Anhänger, Anbaugeräte und andere Objekte werden mit Beacons ausgestattet. Über variable Ladelisten können Sie festlegen, womit ein Fahrzeug beladen sein muss. Bei der Beladungskontrolle über den GPS-Sender überprüft das System kurz nach Antritt der Fahrt, ob die Ausrüstung komplett ist. Sollte etwas fehlen, bekommt der Fahrer eine Meldung und kann sofort reagieren. Mit der GeoCapture-App kann die Beladung auch jederzeit durch den Fahrer vom Lenkrad ausgeprüft werden. So sieht er sofort, ob Ausrüstung fehlt. Die Ergebnisse der Beladungskontrolle werden gespeichert und sind jederzeit abrufbar. So wissen Sie genau, wann und wo Ausrüstung verloren gegangen ist. Die Beladungskontrolle von GeoCapture reduziert Verluste, vermeidet Ersatzfahrten und sorgt dafür, dass Ihre Projekte besser laufen. BLE Beacons von GeoCapture – immer einen Schritt voraus. 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 GeoCapture – immer einen Schritt voraus.